Eine Fackel? Ah! Nee, du kannst die Fackeln nachher wieder abreißen. Ja klar, ich weiß. Nein, ich mach jetzt hier mal ne Fackel. Ach, 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 ich mach hier mal ne Fackel. Also, sag das mal. Also, guck mal, Leute. Hui! Ich hab schon den Griff, hm? Und dann hat die Fackeln wieder. Ich hab schon den Griff, hm? Ich hab schon den Griff, hm? Äh, daneben. Ja, warte. Ich hab schon den Griff. Richtig. Ich schaff das immer. Oh! Feuerstein! Ich mach mal ne Fackel. Es braucht nur ein bisschen Eisen und dann kann ich alles anzünden. Das mach ich auch. Wie, was anzünden? Ach so. Und weißt du, was an der Map auch gut ist? Mhm. Man sieht immer, wann das wieder Tag wird. Echt? Ja, es wird hell. Auf der Karte. Ist ja voll geil. Auch mal keine Uhr mehr. Verdammt. Fail. Ist die Steine. Also, ich glaub, ich beende mal die Aufnahme, bis es wieder ein bisschen interessant wird. Ich brauch hier eigentlich nur Stein ab. Jo. Einverstanden? Jo. Tschüss, Leute. Okay, tschüss. Fuck, Leute. Das hab ich nicht tun sollen. Das war wohl die F11-Taste. Ja, es ist ja voll wild und bleibt voll. Ich pausier nochmal die Aufnahme, bis es in Ordnung ist. Weil, wenn ich jetzt wieder in den Fetzer-Modus gehe, kann ich nichts mehr drücken. Richtig, tschüss. Bis dann. So. Moins und und hallo. Servus, grüzi und hallo. Gute Laune sowieso. Dein Netzplatz macht alles. Oh. Ja, seht ihr? Ich hab schon ein bisschen was gemacht. Hier ne Mauer, ne Tür. Ja, verpretteln Zombies und Skelettons. Skelettons? Ja. Skelettons. Sie heißen aber nicht Tony. Skelettons. Tony heißen sie aber nicht. Doch, doch. Mein Skelett heißt Tony. Nein. Ja, deins aber nicht meins. Meins ist deins und wenn ich deins und guck mal, auch gerne. Türen? Du brauchst wenigstens noch drei Türen. Ja. Ich würd sagen, du holst jetzt mal ein bisschen alles ab. Ach, das mach ich. Abholst du. Ja, stimmt. Ich will nur noch Zombies und Spinnen und sagen, alles mögliche. Ach, ich. Ach, ich. Jimmy. Ah, bitte. Ah, bitte. Jimmy. Ein Meister kann auch Russisch sprechen. Nee, ich kann nicht Russisch. Ich hab' versucht sie immer auch. Ja. Wir probieren. In der Hoffnung. Richtig. In der Hoffnung wird sich irgendeinem Wort richtig aussprechen. Oh, ein irgendeinem Russisch schauen. Bitte korrigieren. Oh, wo kann ich stimmen? Doch, ein Wort kann ich. 2. Halt 2. Und das ist sehr schwierig. Ich weiß, das macht es wieder. Na, das sieht irgendwie hässlich aus. Ja, dann mach's schön. Was sagst du so leicht? Das ist so unaufwendig. Ja, das kann man nicht später machen. Und ich brauch's mehr Bäume. Äh, du hast ja noch Mühe. Stimmt. Du kannst genau von 15 Bäumen spawnen. Ja. Das mach ich auch. Ja. Wieso überall Zombies? Die hier unten sind? Die sind hier alle hier unten. Ja. Das... Wow. 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 Ich hasse Big Trees. Ja, die sind zu mir aus dem Asphalt zu. Ja, die sind zu mir aus dem Asphalt zu. Und so, auf dem Server benutzt sich dann immer den Eis zu. Das geht einfach so. Ja, aber dann hast du die Blätter halt auch. Äh, ja, was ist das mit Blätter? Achso, ne. Ja, stimmt schon. Aber... Nimm dann Fahrt und die regen dann nicht auf. Weißt du, mit Blätter kann man gut mit Zinschmer bauen? Echt? Brenn wie? Okay. Ja, die Blätter brennen. Und die Blätter sind dann ein anderes Zeug an, wenn du es gar nicht aufliegst. Das kann man gut mit Zinschmer machen. Ich hab das auf dem... Auf dem iPad hab ich das gemacht. Ich hab eine riesige Zinschmerung gebaut. Und dann aus dem Glück, ja. Mach. Ich hab's nicht... Ich will jetzt... Ich... 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 eine Minute kurz, wenn ich dir sagen kann, was ich angekündet habe. Er schiebt. Wie kann ich jetzt nicht ein Black Bad Bow bauen? Hingau! Ach, war Schweine! Ein Schafe! Yay! Ach, wo ist ein Schafe? Verdammt! Es hat zu viel getroffen Leute. Mein Gott, ich glaub dir schon das Saufen echt verbieten. Was? Warum sollen mir jemanden so sagen, wie die Leute es freutig sind? Ja, ne... ne Unterschriftskampagne starten, damit er wieder saufen darf. Ich mach nur ab dem Moment mal. Soll ich saufen, oder soll ich nicht saufen? Soll ich nicht saufen? Darum sind noch Pfeile? Recht. Recht. Ja, die hab ich gesehen. Die hab ich gesehen. Die hab ich gesehen. Die sind Löcher, verdammt. Denn die vorlaufen so. Richtig. 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 Baby. Ja, da hat er eine gedroren. Oh, da ist gerade einer gedroren. Wo? Jetzt nicht mehr. Da drin? Nee, weiter hinten dir. Hinter dir! Da hinten hat einer gedroren. Ein Monster? Ja, war ein Jugendlicher. Mein Gott, ein Monster. Auch noch mal Knochen. Jugendmonster. Ein Jugendlicher. Aber du kannst auch nicht erzählen, du meinst. Ich hab's nicht mehr. Dachshund. Bitte bitte. Ich hab's gemacht. Ähm... Slash tree. Slash tree. Slash tree. Bam. Slash knochenmehl. Was? Ich hab's nicht mehr gesetzt. Aber ich will das nicht alles auf einmal nachholzen. Nee, nee. Ich würd sagen, diese Holz-Kolze... Dieses Holz-Kolze reicht nachher. Ja, klar. Das Knochenmehl. Ich will sowieso sagen, ich bin bei jedem... Na, Jona, so würde ich ein Gängelsterchen stellen an eine Art Farbe. Also Holzfammer. Logisch. Logisch. Und du hast gerne Farben, damit es Knochenmehl mehr kommt. Und ich find eigentlich auch Dingensfarben ist auch eine ziemlich gute Idee, wie ich jetzt die Scheiße mach mal so. Ah, ja. Getreide und so. Ach so, ja, natürlich. Getreide und Zuckerrohr. Ich möchte unbedingt im Endeffekt gerne mal einen Kuchen backen. Ich hab noch nicht Kuchen gebacken. Ich so, aber ich hab's nicht geschafft, den zu essen. Warum? Keine Ahnung. Das geht einfach nicht. Man kann ihn platzieren, aber... Man kann ihn nicht platzieren. Man kann nur platzieren. Was lohnt? Ja, schau mal mal an. Wenn ich ihn dann kaputt mache, ist er nicht mehr da. So. Allgemein, ich verstehe das nicht. Das geht doch nicht. Genau. Nachher müssen wir noch ein bisschen mit Dave checken, bei reden. Wieso eigentlich? Na ja, weil du bist kein... Hat das Sinn? Ja. Nein. Ich kann ihn probieren, wenn wir uns jetzt in den Infos zu gucken. Und gleichzeitig da das... Zocken. Richtig. Und so richtig? Wie sich hier hoch hat und gehaftet hat das sowieso abends. Bei seiner Internetverbindung. Ah, ja, so ein Internetverbindung. Und so ein Internetverbindung. Okay, ich hab auch nicht. Ich hab doch nicht... Ich hab doch nicht... Ich hab... Oh, 25 Minuten. Das sind schon zu schlecht. Oh, 5 Minuten. Nein, ich hab 600. Ich hab... Was, du meinst, Download prais, oder? Du meinst, Download gerade, oder? Ja. Upload 1 Megabyte. Ja, 1000 Kilo Byte, hab ich genau. Ja, 1000 Kilo Bytes, hab ich genau. Da. 1000, die haben 90... Das kann gar nicht sein. Doch, ich hab nachgeschaut. Ich hab auf meiner Testseite nachgeschaut und ich meine, ich hab... Aber schnell. Wir haben genau 91 Kilo Bytes. Das kann nicht so schlecht, können ja nicht sein. Ne, ne, das ist wahrscheinlich... Wo steht das? Ne, ne, das ist wahrscheinlich... wo steht das? Ja. Also, wir haben etwas nicht mehr. so eine Internetseite, Speedtest oder so. Ja, also da habe ich es auch gemacht. Ja, vielleicht habe ich ein spezielles Internet, was auch mehr Uploads als auch Downloads oder so. Also es geht doch so in der Regel, Upload ist immer 10 Mal lang, Hannah. Ja, ich weiß. Dann musst du ja 10 Megabyte Download haben. 10 Megabyte, habe ich noch nie geschafft. Das gibt es doch gar nicht. Doch, das gibt es schon. Ja, und vielleicht. Das ist auch nicht normal. Der Typ ist echt nicht normal, sonst. Aber er braucht eigentlich gar nicht gesehen. Echt nicht? Okay, doch. Doch, die Server, die alle an der Internetverbindung ziehen, so. Aber wir hätten das mehr nötig. Wir müssen die ganzen Videos hochladen und aus der Zeit. Hm, klar. So. Und manche FreeGamer, du kennst ja auch noch, ist auch der Grund, warum er keine HD-Videos hochladet. Weil er seine Internetleitung das nicht schafft. Ja. Würde zu lang dauern, weil die Videos dann zu groß werden. Ich denke mal, es ist ausreichend für den Laden. Ja, ich denke, wir werden uns jetzt hier Minecraft zu. Richtig. Wäre vielleicht mal eine Idee. Ja. Schönes Haus. Hm, klar. War irgendwie ein bisschen zu niedrig. Ja, das ist nur die Tür eigentlich. Ja, aber ich setze jetzt ein bisschen höher. Wie die Tür? Ja. Okay. Achso, dann kann man einfach nichts überladen. Und was du dazu sagst, mit Horst? Ja. Nein, Dreck. Einfach nur Dreck. Dreck ist dreckig. So, fuck. Puh. Puh, genau. Ja, das wird hier alles noch schöner. Ja, ja. Oh, sei doch nicht so. Wenn ich eine Maus hätte, würde ich sie, würde ich dir einen One-Shop geben. Oh, das ist aber nur ein. Für die Leute, die das nicht gecheckt haben, die tun mir wirklich leid. Nein, das sind sie nicht. Sie können das game nicht kennen vielleicht. Ja, eventuell. World of Tanks, die der besten Panzer der Deutschen, der schwere Panzer-Team-Maus. Hat schon noch ordentlich wein. Der Prototyp-Panzer-Panzerkampfwagen, ähm, war keine Ahnung. Es ist gar keine Panzerkampfwagen, oder? Ja, Panzerkampfwagen, 8, Maus. Echt? Ja. Übrigens, du kennst den Peter-Waffentyp, oder? Ja. Ich hab mal seine Medaillen gecheckt. Weißt du, was er für eine Medaillen geholt hat? Hm? Mausfalle. Ja? Weißt du, was das ist? Wie viele Maus hat er zerstört? Zehn. Nein. Für das Zerstören von, für das Zehnfache Zerstören von Panzerkampfwagen, 8, Maus. Das ist so möglich. Er kann keine Themen. Er hat selber, er hat selber einer, ja. Selber einer. Ah ja, okay, dann ist er. Ah ja, das ist ja der Typ. Übrigens, er jagt die gar nicht, hab ich gedacht. Aber er hat ja nicht. So. Aber, ich weiß auch. Jo. Dein Typ ist besessen. Jo. Und beschissen. Jo. Oh. Willst du nicht draußen noch was machen? Was denn? Keine Ahnung. Ja, gründlich halt ich. Ich baue mir jetzt aber zuerst mal ein Bett. Und wie wäre es mit neuem Reibwerkzeug? Wieso? Mir würde es gerne später kommen. Ich baue mir jetzt drei Betten. Jede Nacht immer anders. Immer schön unsichtbar. Aber ja. Es ist immerhin verpackt. Und look, es leuchtet! Ja, ich weiß, das ist aber auch normal so. Ist das bei dir auch so? Ja, das ist bei allen Betten so, auch immer weg, wenn du kein Zerzschopfer hast. Ah, das ist auch hier. Wie leuchtet das beim nächsten Abdeckung? Wenigstens sieht man, würde ich sagen. Jo. Den Repeater sieht man im Inventor auch nicht aus. Echt? Wie baut man den eigentlich? Naja, kann ich jetzt nicht zeigen. Ja, zeig's mir nachher mal. Ja. Oh, ja, stimmt. Neues Werkzeug. Repeater ist doch der Verlängerung, oder? Ja, genau. Oh, ok. Muss man keine scheiß Tricks mehr benutzen. Was wollte ich jetzt genau? Werkzeug. Doch, schon. Machst du die Hälfte? Sonst hast du ein bisschen Stärbe. Ich hasse das, wenn ich von Holz oder Städten da unten gerade Zahl habe. Ich hasse das. Jo. Siehst du das? Das eine Holz riecht mir hier gerade voll auf. Siehst du das? Das glaube ich dir aber nicht. Ok. Was wir auch noch brauchen, ist das. Kiste. Genau. Und noch was anderes. Ah ja, ich muss dir nachher mal auf meinem Server mal was zeigen, weil ich das konfiguriert habe bei dir. Nein. Und so will ich das kann. Ne, das traue ich dir gar nicht zu. Ach, du hast mein Schmerz oben. Das traue ich dir gar nicht zu. Hast du noch? Oh ne, du, Kohle hast du ja genug. Ja. Wieso, weißt du? Ja, ne, sonst hättest du Kohle brennen können. Schon, aber Kohle fällbrennen. Ich weiß noch genau, gerade nicht für woher. Ich geh jetzt hinaus. Ich hab keinen Bock mehr auf das Haus hier. Was machst du denn da draußen? Oh! What da? Was ist denn da oben los? Was ist Kohle? Ach so, ich dachte schon, da oben wären Zombies. Nee, die hätte ich doch sofort getötet. Das wäre schon irgendwie geil. Oben ein riesiges Loch in der Wohnung und da fanden da Zombies und so rein. Das hab ich irgendwie gefreut. Das hat doch irgendwie Stimmung gehabt. Ja, das hat mir das dein. Ähm. Ich glaub, ich schaff meine ganze Wohnung ein Feld höher. Warum? Weil die Tür auch ein Feld höher ist. Hm. Warum nicht? Da kommt der Typ eigentlich nicht mehr online. Keine Ahnung. Dann geht der wieder auf. Oh mein Gott! Es ist Nacht. Ich würd's nicht nach draußen gehen. Ich würd's die Wohnung absetzen. Ja. Ja gut, aber... Ich würd dir ja so sagen, ähm... Warte, 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 warte. Dann müsstest du alle Türen so wieder aufsetzen. Und dafür hast du zu. Nee, also gar keine Tür. Diese hier. Ach ja, die ist die einzige. Und dann musst du das hier zwei höher machen, oder nicht? Echt das? Das hier? Ja, dieser Boden, wo du grad drauf bist. Wieso? Ja, guck mal nach hinten. Hinter dir. Da geht's eins hoch. Und wenn du das eins hoch setzt, dann musst du das hier zwei hoch setzen, damit es ja gleich ist. Ja. Außer du möchtest es so wieder haben, dass hier einfach eins abfährt. Das wär auch nicht schlimm, dann kannst du hier... Ja, ich mach so, ich mach so. Ich hab ihn hier in Pflanzen. Oder nein, ich setz... Ach, warte. Ich hab ja gerade so einen Plan. Hm, Gott. Schlimm ich nicht. Hm. Soll ich nach Hause gehen? Okay. Ich will dich nicht stören, soll ich nach Hause gehen? Hä? Was machst du hier? Gar nichts. Richtig, mein Englisch ist auch echt mies. Ja. Und jetzt... hab ich fast keinen Stein mehr. Nein. Jetzt... hier nach oben. Nach unten meine ich. Hier nochmal nach oben. Das hier ist dann die Wohnung. Okay, also dann musst du gar nicht mehr absetzen. Ja, genau. Hm. Fuck. Puh. Ich würde dir an Rat nirgendwo einen Gang zu graben und dort eine Steinmühle zu basteln. zu pflanzen. Puh, nein. Genau an dieser Wand. Ich bekomm noch genug Stein momentan. Ich will eigentlich keinen Monster begehen. Nee, also wenn du nur einen Gang baust und keine Höhen findest. Ja, wenn ich einen Gang baue, ist eigentlich fast... das ist wahrscheinlich, dass du in eine Höhe findest. So, ich hab's nicht geschafft. Du bist auch dämlich. Ich weiß. Ich weiß, ich bin nicht. Lenny! Ja, jemand zum Vollspammer. Wo ist mein... unser Spamprogramm? Ja, mich werden wir auch nennen. Ja, richtig. Jetzt über uns eh nicht sehen. Stimmt. Können wir es trotzdem kurz machen. Falls ihr es nicht wisst, wir haben ein Programm, um andere zu sparen. Machen wir mal ein Tutorial davon? Ja, können wir. Nachher. Okay, das wär mir im Fall. Braucht man eigentlich ein Tutorial, machen wir es nicht so einfach. Ja, trotzdem sagen wir Ihnen, wie es dort geht. Ich kann das bei mir auf Mediafire hochladen. Ach so. Zutun! Zutun! Oh! 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 Was? Okay, Leute. Das machen wir jetzt in der Aufnahme, damit ihr etwas zu machen habt. Okay. Also. Er schreibt. Er schreibt. Er schreibt. Ein Smiley. Ein Smiley. Oh, echt? Ja. Warum habe ich um 12.15 Uhr ganz oft die Nachricht... Hallo!